Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Berichten. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Berichtet. Berichtete. Hat berichtet. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich berichte. Du berichtest. Er berichtet. Wir berichten. Ihr berichtet. Sie berichten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich berichtete. Du berichtetest. Er berichtete. Wir berichteten. Ihr berichtetet. Sie berichteten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe berichtet. Du hast berichtet. Er hat berichtet. Wir haben berichtet. Wir haben berichtet. Ihr habt berichtet. Sie haben berichtet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich berichte. Du berichtet. Du berichtest. Er berichtet. Wir berichten. Ihr berichtet. Sie berichten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich berichtete. Ich berichtete. Du berichtetest. Er berichtete. Wir berichteten. Ihr berichtetet. Sie berichteten. Den Schluss macht der Imperativ. Berichte du. Berichten wir. Berichtet ihr. Berichten Sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb berichten. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020